Nun ist gesagt worden, manches ist ja schwierig gewesen in der Rot-Grün-Koalition und das ist die Ursache für den ein oder anderen Verbruch. Ich will das gar nicht bestreiten, dass das nicht alles leicht war, denn es war nicht leicht. Aber ich will eine These machen, von der ich nicht glaube, dass sie jeder sofort richtig findet, aber wo ich es mir jedenfalls wünschte, dass alle mal drüber nachdenken. Ich glaube, dass wenn es uns nicht gelungen wäre, die Einnahmen und Ausgaben der sozialen Sicherungssysteme in Deutschland wieder auszubalanzieren, was uns gelungen ist, was uns jetzt sehr hilft, wo die Krise begonnen hat mit milliardenschweren Rücklagen, wo wir da rein gehen, dann wäre der Sozialstaat so unklausibel geworden, dass er längst weg wäre. Die Grundlage des Sozialstaates ist, dass er funktioniert. Erstens. Zweitens, dass er ordentliche Leistung bietet. Aber in dieser Landordnung. Und wir müssen als Anhänger des Sozialstaates uns für sein Funktionieren verantwortlich fühlen. Und wenn wir das aufgeben, machen wir einen Fehler. Deshalb will ich mal eine Zahl sagen, die keiner weiß in Deutschland, die aber zu dem gehörte, von dem ich hoffte, dass jeder sie eigentlich ist. Der Umsatz des deutschen Sozialstaates, also Einnahmen und Ausgaben, Steuern und Sozialversicherungsbeiträge und Leistungen, die wir gewähren, ist jedes Jahr über 700 Milliarden Euro. Der Bundeshaushalt hat überhaupt nur 290 in diesem Jahr. Davon geht allerdings die Hälfte als Sozialstaatsleistung raus. 80 Milliarden für die Rente als Beiträge und Zuschüsse, 40 Milliarden etwa nicht ganz für Arbeitslosigkeit. Ich habe eben über das nächste Jahr gesprochen, da explodiert der Etat, das beschließende Mauer früh im Kabinett des Bundesministers für Arbeit und Soziales von 123 Milliarden Euro auf 153 Milliarden Euro. Das ist der Anteil, der hier vor ihm sitzt. Ich bin es. Und wir alle, wie das ausgeht. Aber in einer Lage, in der der Bundeshaushalt allein für diesen Minister, und dann sind ja noch andere Leistungen dabei, wie das Wohngeld und die Ausbildungsförderung und verschiedene andere Dinge als Sozialstaatsleistung. Und wenn man alle sozialen Sicherungssysteme zusammenrechnet, so viele 100 Milliarden bewegt, den kann man in keiner politischen Polemik als etwas anderes als einen Sozialstaat beschreiben. Und natürlich müssen die Anhänger des Sozialstaates dafür sorgen, dass das mit den 700 Milliarden hinhaut, mit den Einnahmen und Ausgaben. Und wenn sie das nicht tun, machen sie einen Fehler, weil dann gewinnen die anderen. Meine persönliche These ist, der Sozialstaat geht nicht an der FDP zugrunde. Sondern an der schlechten Laune seiner Anhänger. Und wenn wir das nicht begreifen, dann zerstören wir ihn auch. Das muss man so sagen. Nur wenn wir selber denken, sagen, also es könnte besser sein, aber es ist gut. Nur dann werden wir dafür auch Anhängerschaft gewinnen. Wenn alles, was nachbleibt ist, bei dieser riesigen Menge von sozialen Sicherungssystemen schlechte Laune ist, dann wird es keine Anhängerschaft geben, die sich in Politik festmachen kann und ihn auch dann verteidigen kann. Ich meine, ich war jetzt gerade in den USA bei meiner netten Kollegin Hilde Solis. Ich kann nur sagen, das sind Welte, die verlängern jetzt gerade die Arbeitslosenunterstützung von, ich glaube, sechs Monaten auf zwölf. Die Unterstützung, die in diesen zwölf Monaten gewährleistet wird, ist geringer als die, die wir nach den zwölf beziehungsweise 24 Monaten bei Älteren als Grundsicherung gewähren. Niemand in den USA könnte sich vorstellen, dass man, wenn man auf die steuerfinanzierten Sozialenleister für Arbeitslosigkeit angewiesen ist, ein Haus, je nach Anzahl der Familienangehörigen, ein bis mehrere Autos, eine Altersvorsorge, ein Sparvermögen haben könnte und niemand greift da ran. Wobei man das verbessern kann, im SPD-Wahlvermögen steht drin, dass wir Altersvorsorge, auf die man als Rente haben will und auf die man nicht vorher verfügen kann, dass die nicht angetastet werden sollen. Also wer sagt, ich habe das Geld in eine Rente getan, das kriege ich ab 65 und dann als Rente monatlich gezahlt, da wollen wir nicht da. Das finde ich auch richtig so. Aber alles das ist, da träumen die nicht mal von. Dass da Millionen ohne Krankenversicherung sind, während wir in den letzten Jahren beschlossen haben, dass jeder in Deutschland krankenversicherungspflichtig und berechtigt ist und gerade den Prozess gegen die privaten Krankenversicherungen gewonnen haben, indem wir sie verpflichtet haben, die selbstständigen Kranke gegen ihren Willen als Mitglieder zu akzeptieren, ist doch kein Zeichen dafür, dass dies kein funktionierender Sozialstaat ist. Und ich sage das deshalb, weil ich natürlich mir viele Vorstellungen mache darüber, was müssen wir tun, damit man gut zurechtkommen kann und damit jeder das für sein Leben auch hinkriegt. Aber ich finde, die Grundvoraussetzung ist, dass wir das, was wir da haben, nicht auf eine Weise diskreditieren, dass man natürlich niemals politische Akzeptanz dafür kriegen kann. Und irgendwann ist die Kraft für diese Milliarden nicht mehr da. Die Auswertung der Egnere des Sozialstaates aus der schlechten Laune ist, dass sie folglich Geschäftsmann sind. Wenn also das bringt ja eh nichts, dann sagen wir, lass uns auf die 700 Milliarden verzichten. Das ist nämlich die Konsequenz. Und da sage ich, das ist nicht wichtig. Das ist nicht meine Sicht der Dinge. Und deshalb werbe ich dafür, dass wir in der Sache streiken über das, was wir tun ist, aber es immer machen in dem Bewusstsein, dass wir eine Partei sind, die diesen Sozialstaat geschaffen hat in einer weit über hundertjährigen Verantwortung. Schon in den Zeiten von Kaiser Wilhelm haben wir die Grundlage im Kampf gegen andere mitgelegt. Und wir werden ihn auch zu verteidigen haben. Aber wir sind auch dafür verantwortlich, dass es hinhaut in Einnahmeausgaben. Und dann will ich den letzten Satz sagen, für den ich glaube, warum ich auch über Berufsausbildung, Ausbildung, Arbeit und Beschäftigung so viel spreche. Wir sind die Partei der Anwalt. Und das unterscheidet uns von anderen. Ich finde, dass das Schicksal derjenigen, die ohne Arbeit sind, einem Sozialdemokraten, immer am Herzen liegen muss. Und wir müssen dafür sorgen, dass man zurechtkommt. Und das ist schwer, weil es teuer ist, aber es ist richtig. Aber die Perspektive von uns ist doch nicht zu sagen, das soll so bleiben. Sondern natürlich ist es unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich an dieser individuellen Lebenslage etwas verbessert. Und deshalb finde ich, ist es zum Beispiel wichtig, dass wir ein paar Sachen in die Politik hineinbringen, die im Augenblick wie den Kampf zwischen Beamten wirken. Also ich bin stolz wie Bolle darauf, dass sich der Arbeitsvermittlung seit dem Sommer des letzten Jahres viele tausend zusätzliche Stellen geschaffen kann. Und dass wir jetzt, trotz Wirtschaftskrise, mehr Vermittler haben, bessere Vermittlerschlüsse bei den Arbeitsagenturen und bei den Arbeitsgemeinschaften, das liegt daran, dass wir dazu die Gelder gewünscht haben. Ich habe jetzt auch entschieden, dass wir mithalten. Wir werden also unsere Einbindungsmittel auch im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende dafür nutzen, dass die Vermittlerschlüsse erhalten bleiben und dass die Leistung gewährt werden kann. Und ich will keine Schlangen vor den deutschen Arbeitsagenturen und nicht vor den Arbeitsgemeinschaften haben. Das ist eine politische Entscheidung. Die ist aber gewärtig keineswegs so, dass sie auch eine Massenbewegung als Grundlage treffen kann. Ich habe einfach genutzt die Gelegenheiten. Zwei Konjunkturpakete und eine Diskussion über die Absicherung des Beitrags zur Arbeitslosentersicherung. Da habe ich immer gesagt, dafür will ich Stellen haben, die wir auch gekriegt, drei Mal. Aber so oft sind die Gelegenheiten nicht. Ich brauche eine öffentliche Vorstellung davon, dass wenn jemand arbeitslos ist, alles für ihn getan wird. Da ist viel besser geworden. Wir sind auch viel besser aufgestellt für diese Situation als in allen anderen Wirtschaftskrisen zuvor. Aber so wie ich mir das wünsche und träume, ist es nicht. Also den Traum will ich noch mal loswerden. Ich sage extra, damit man mich nicht morgen früh verhaftet. Also in zehn Jahren hätte ich gerne Folgendes. Da ist jemand arbeitslos. Dann kommt ein schönes Gebäude. Es wird als erstes gefragt, möchten Sie ein Cappuccino oder ein Espresso haben und was können wir für Sie tun. So, diese Perspektive ist das, was ich mir vorstelle. Aber das geht nicht mit überlasteten, befristet Beschäftigten, nicht fest, dauernd mit Perspektive versehene Beschäftigten und nicht mit nicht ausreichen sollten. Und deshalb müssen wir uns von der neoliberalen und Linksaußenperspektive, dass Arbeitsvermittlung überflüssig ist, sind wir nicht sich einig in dieser Frage, was die Skepsis gegenüber aktiver Arbeitsmarktpolitik betrifft, müssen wir uns verabschieden und sagen, wir wollen die Leute nicht alleine lassen. Das ist unser Anliegen, das ist meines. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied zu einer Portal, die eine große Bewegung in Vietnam gekapert hat, aber deshalb ja nicht richtig politisch positioniert ist. denen geht es nur darum, dafür zu sorgen, dass man besser im Schlechten zurechtkommt. Ein Sozialdemokrat, eine Sozialdemokratin wird immer darum kämpfen, dass jeder individuell und wir alle ein besseres Leben führen können und dass wir die Würde, unser Leben durch Arbeit verdienen zu können, auch verteidigen, sicherstellen und darum uns besorgen. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Perspektive für einen Sozialdemokrat. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.